Haben Sie sich was Besonderes einfallen lassen? Eine Volka, bitteschön! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lebensfreude pur. Wirklich wunderschön. Und an dieser Stelle wollen wir vielleicht nochmal die Mütter dieser Tänze nennen und begrüßen. Sie sind inzwischen zurückgetreten, aber trotzdem heute hier, wie sich das gehört, Inge Janke und Petra Gatzjoch. Wir grüßen euch ganz herzlich.